ja und da sind wir wieder zurück so leicht überstürzt gerade zum harika double dash wieder mit der vorschau immer noch mit der punkt das wird auch eine weitere noch zu bleiben also wenn euch nicht gefällt habt da pech gehabt ihr müsst mich ertragen sollen sie sich tragen müssen ertragen bis ich umfall so hier der ist neu der grüne hat voll verpeilt ja du hast doch die ganze gerade offen auf einem bildschirm geguckt grün ich weiß gar nicht der grüne ist der beschleunigung probieren wir mal aus der ist auf jeden fall geiler so den hat mal letztes mal mal wieder und wenn der misst den hier den haben wir noch gar nicht heute den blumen kann das hat wir heute noch gar nicht wenn hier auf nach dem tag kommt nämlich die aufnahme folge wir werden die maps vor allem die karten öfters abfahren 150 da kann man gute sachen fahren deswegen erkennt man dass wir wollen spiel wir brauchen noch ein paar rad aus shoppen jetzt fängt da mit monster hand an ich glaube es geht los ja du hast mich damit voll angesteckt muss ich ehrlich sagen wir wollen santa ja vorher war ich hier haben bevor als es immer auf der psp gespielt hast habe ich auch mal so war er ist ja langweilig muss immer dasselbe und jetzt ist er ich habe es bei alle quests gemacht im dorf genau das langweilig ja total ja jetzt spiele ich ja auch selber musste ich nicht mal nur zugucken ja ich meine zugucken macht bei vielen spielen auch relativ spaß ja aber ich bin ein bisschen ein bisschen hyper aktiv glaube ich dass ich andere und irgendwas tun muss das ist mein problem ja das ist kenne ich das kenne ich dann sitze ich da mit dem zuckenden kopf und dem zuckenden meinten und so weiter wo ist das klo wo ist das klo alter mario geh weg geh weg man ja genau fahr da rein und jetzt geh weg zack auf dich warum ich war kein erster genau deswegen nein bombe wow der war knapp die monster hand hat mich wirklich angesteckt vor allem letztes wochenende wie gesagt kann man gerne noch aufnehmen wenn du wirst hast naja aufnehmen nicht weil ich bin ich bin nurig das gebe ich auch offen zu mir ja na und ist doch egal das ist mir peinlich du hast doch jemand schlechten wie mich dabei ja ich glaube das beispiel muss ich nicht noch mal nennen mir fehlt der kapper naja ich bin voll ins auto gefahren ich idiot das letzte runde man ich verkeh grad voll ja das regt mich ja gerade so so drei grünen nach vorne und ein fragezeichen nach hinten schon wieder drei grünen das geht schon ja das gibt es nicht ich hoffe ich hoffe ich hoffe ich schaffe es ich schaffe es neue aufnahme neue auf verknacke instant das liegt am auto wahrscheinlich ja das ist das schnellere von beiden probieren wir es mal aus so gut wird es nur nicht sein gewonnen schlimmer kann es nicht mehr werden zwei sekunden alter fast drei sekunden vorsprung oh gott ich bin so schlecht schlag mich nicht keine sorge ich mache es nicht schon fertig es war absicht dass er mich gewinnen er hat mich gewinnen lassen nein gar nicht überhaupt nicht man hört den sarkasmus nicht in deiner stimme verdammt ich habe kein item bekommen die weg da mario erster guter dürft dann würde ich sagen verdammt und ich fahre erstmal dezent gegen die wand das feuer war gut daneben gezielt von ihm so kommen ich komme gar nicht drauf klar so warum kriege ich die ab weil einer hinterher nein 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 komm schon i hate you punch in the face und schon werde ich gleich von mario und dunkel und überholt und ich fahre auf den grönen fahren ja browser auch noch browser 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 war es so browser alter browser verzieh dich mario curse you ob der noch trifft ne das trifft nicht oder curse you ach komm schon ja jetzt das feuer war glück gerade es ist gleich über mich drüber geflogen ich bin glück dass es nicht bei mir angekommen ist ja kriege ich will hin du kriegst auch noch feuer ab wie er erster ist und ich bin vierter jürger ist noch ja ich will da bin sowieso nur vierter kann es eigentlich sein dass es nicht dadurch entbestimmt wird wer erster wird auch wenn man welche punkte hat wer erster spieler ist ich glaube es wird dadurch bestimmt wer zuletzt der erster geworden ist sondern vielleicht auf die rundenzeit könnte das kann auch sein ja kann auch sein das ist mir gerade so in den Sinn gekommen hehehe 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 geh weg geh weg geh weg lass es nein das ist dieses ungewisse ist einfach so gemein da war ja das war das Item weggepackt deswegen fahre ich jetzt auch voll zuerst auf den grünen streifen ich könnte ihn ja klauen nutze den Pilz das ist die letzte Runde ne ich weiß verdammt ahhh take this Pilz jawoll nein 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 ja hätte ich ihn doch nicht abschießen sollen verdammt haha wenn du fast ein Ritter geworden bist gerade musst mal gucken wie der gerade hinter dir war ja das habe ich auch noch gesehen haha 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 oh schön hehehe 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 so war das mit L L steht für Luigi hehehe ja wahrscheinlich du hast Luigi nein habe ich gar nicht ne du hast du gar nicht ich habe Mini Bufsi hehehe hehehe Mini Bufsi ich weiß gar nicht wie ich Bufsi mal aufgeschnappt habe keine Ahnung pfff oh cool ich bin sechster und ich werde gleich wie voran ich bin sechster hehehe geh weg boi ich will das erste item haben ich will zurück wie wer jetzt hat GO um dem Blauen Panzer Nimm! Nimm! Nutze ihn! Nutze ihn! Nutze ihn oder ich tue es. Ich habe nebenbei mir einen Stern. Bleib weg. Ich bin siebter. Ja, ich wollte irgendwie das Item haben mit zurückgefahren. Nein. Ernsthaft. Ja, dafür bin ich mittlerweile fast fünfter. Von dem her... Du kriegst mir manchmal echt ein Rätsel. Manchmal? Irgendwas mache ich falsch. Wenn es nur manchmal ist. Manchmal... Ja, komm! Das... Jetzt fängt er mit meinen Tricks an hier. Aber du kannst immer ausweichen. Wenn ich schieße... Hey, guck, mein Hans hat sich geklont. Und... Ah, Alter! Ja, gut, der kommt natürlich jetzt auf sich zu, ne? Nö, der schafft die Kurve nicht. Der schafft die Kurve nicht. Der schafft... Sag ich ja. Eine Komponation geschafft. Ja, ich bin vierter. Mist. Jetzt sag ich mir keinen Fehler mehr. Ah, ich bin in den Pool gefahren. Keinem Fehl! Natürlich kriege ich jetzt auf Autofans noch reingedrückt. Aber ich lächle trotzdem weiter. Weil es ja auch irgendwer sieht, dass du lächelst. Man hört es, weil ich immer noch so komisch gedrückt bin. Der fehlt der Kappa genauso wie mir. Der Kappa-Smiley. Ja, der Kappa-Smiley. Was ist der Kappa-Smiley? Äh, frag nicht. Ah! Da hab ich da auf der Kante fast stehen, ey. Unglaublich. Fast! Nein! Oh! Nicht mal fast! Nein! Nein! Und ich bin in den Items vorbeigefahren, alter! Yeah! Folgt der Noob, ey! Dem Schwer? Nein! Ich krieg hier gar nichts, ey! Ich bin auch drauf vorbeigefahren an allen Items. Ja! Ähm! Genau! Achtung! Einer, der dich Banane erwischt! Von hinten! Schon wieder! Was? Warum? Was? Der hat einen Stern! Wie gesagt, der hat einen Stern gerade! Achso! Deswegen! Darum ging's ja! Mario, du kleiner, mieser italienischer Klempner! Komplett, ich bin kein Italiener! Was ist denn? Ich bin Polen! Nein! Ich hab nichts gegen Polen! Ich hab keine Ahnung, mit Polen reden! Ja, also jetzt kommen wieder die Kommentare! Hast du was gegen Polen? 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 Nein! Ich hab ein Weckenspray! Und obwohl sie wahrscheinlich mit diesen Kommentaren nur trollen... Alter! Ist okay jetzt! Hahaha! Oh! Komm schon! Ich fahr oben lang! Ich fahr oben lang! Nein! Oh! Alter! Sieht da noch ne riesen Kanane! Boom! Didi 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 didi! Boom! Du wirst halt Mario erster! Das hast du jetzt davon! Alter, ich bin Fünfter! Komm schon, Spiel! Come on! Ich hab keine Items! Ich werd Vierter! Oh Gott! Das ist unser erster Hangover! Pfff! 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 Unser erster Rollover! Wir wurden förmlich überrollt! Hättest du mir nicht wenigstens ersten Platz lassen? Nein! Ich bin Fünfter! Ich kann nicht mal mehr gewinnen jetzt! Ich aber! Guck dir's an! Ich bin Dritter! Jetzt hängt alles an mir ab! Scheinwerfer Spot bitte nur auf mich! Musst du aufstehen zum Lichtschalter! Bitte einen Spot nur auf mich! Krass alleine Wärmung! Toll! Kennst du einen Spot und dann geht's weiter! Einmal Wärmung für mich! Danke! Der Spotty! Ja! Auf Spotify oder was? Komm schon gib mir einen blauen! Oh ja! Komm schon! Alter! Wieder einen weg! Bumsen! Ja! Bumsen! Geh weg jetzt! Gib mir deine Items! Danke! Oh! Da kommt ein! Da kommt ein! Autsch! Pinkes Eis! Das ist die Spezialattacke von Birdo! Ich will diesen Stern haben! By the way! So! Ich hab einen Stern! Ich bin Siebter! Ich hab einen Stern! Man kann ja nebenbei so ein bisschen was von dem Spiel erwähnen! Genau! Wenn wir das jetzt die letzten paar Zutaten vergessen haben! Geh weg! Geh weg! So! Alter! Was ist denn mit dir los? Keine Ahnung! Ich wollte unbedingt die Sternen haben! Dann hab ich die Sternen gehabt! Bin die ganze Zeit irgendwie irgendwas gegen gefahren! Dann hab ich jetzt den Kettenhund, der mich wahrscheinlich nicht viel weiter bringt! Der dich vielleicht in den Abgrund reißen wird! Nein! Aber der fährt wahrscheinlich gleich hinterher erst mal! Nee! Der fährt dir hinterher! Nee! Der Pilz! Ich dachte, der fällt ja mal runter! Nee! Der fällt ja nie runter! Drift on! Hey! Ich bin nochmal vierter! Ja! Und spring bohren! Komm schon! Jetzt gib mir irgendwas gutes Spiel! Ja! Zwei Pilze sind nicht gut! Ich will was gutes! Keine zwei verdammt Pilze! So! Bis jetzt werde ich vielleicht noch dritter! Weißt du was ich mich grad fahre? Was ich nicht? Äh! Oh! Spielst du so scheiße! Ja! Nein! Ich will mir mal gucken bei den Regen, wie Lux Lightroom spielen soll! Na Marcel! Warum? Keine Ahnung! Ach komm schon! Ich hab euch die ganze Zeit überlegt! Das ist doch so total Nintendo! Gamer! Ja! Er hat doch alle Spiele extrem drauf! Weißt du nicht! Keine Ahnung! Kann ich dir nicht sagen! Ich bin auf jeden Fall vierter! Ich werde auf den vierten Platz belegen! Wahrscheinlich! Ich glaub ich glaub ich hab das schon jetzt! Double Dash! Ich glaub schon! Keine Ahnung! Müsste man mal nach! Nein! Ich guck jetzt nicht nach! Ich werde so schon vierter! Lass mich jetzt mal dritter werden! Dann können wir weiter reden! Das würde mich grad ehrlich gesagt mal richtig interessieren! Ich will doch nur dritter werden! Ich will doch nur erster werden! Ich will doch nur erster werden! Uuuuuh! Die Betonung liegt doch nur! Nur ich! Nein ich wirke nicht eitel! Du wirkst Eiter! Jemand der Eiter wirkt! Ach komm! Ey! Dieses Spiel ist grad so gemein zu dir! Zack! Dann wirf mal da noch so was hin! Und du kriegst natürlich den Pillings! Ja! Und fahr' außen rum! Und krieg'n grün und fahr' gleich gegen die Gegenfahrer! Geht doch nicht! Schieß dich selbst ab! Warum hafst du dich selbst? Oh! Wie ich damit nur noch dritter wäre! Das gibt's doch nicht! Und fahr' außen rum! Ich bin... Nein! Nein! Oh Gott! Glück gehabt! Ja! Du hast Glück gehabt! Ich nicht! Doch! Doch! Nein! 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 Fick dich! Fick dich! Zweiter! Jawoll! Ah! Mehr Glück bitte! Auf den Schock muss ich jetzt was trinken! Da äh... Ne? Das sind ja fast als Livestreamer noch zu trinken! Wer weiß, wann das hochladen wird! Naja! Luck, 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 luck! Die Zeiten sind gut, ne? Moment, ich bin Erster? Ich bin Erster! Oh mein Gott! Ja, natürlich bist du Erster! Ich hab doch gesagt, du wirst Erster! Yes! Ding, es gibt noch einen Cup! Ich hab' bis jetzt mehr gewonnen! Glaub' ich! Jetzt kommt wieder der Stern! Aber erstmal muss ich wieder, ne? Ja, ne? Ich bin nicht bei! Ich bin high! Ich bin nicht... Ich geh' nicht bei! Ich bin nicht high! Ich bin noch ein normal drauf! Du bist kein High! Warum bist du kein High? High von der Sinne von... Hey! Und wir kriegen das Valu-Jarena-Teil! Das hast du wahrscheinlich auch niemals zeigen werden! Ne! Gut! Ja, dann würde ich sagen, das war's für diese Folge! Ja! Bis zum nächsten Mal! Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder! Wenn es heißt... Let's play Resident... Mario Kart! Das war auch keine Absicht von... Nein! Tschüss! Und tschüss! 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 Tschüss!